WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Das ist Lou. Er ist der Perfekteste von allen. Willkommen im Institut für Perfektion. Hier finden nur die Besten ihr menschliches Gegenstück. Check bestanden, du bist perfekt. Check bestanden, du bist perfekt. Check nicht bestanden, du bist nicht perfekt. Ich habe kein Foto für dich. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ihr ausgestopften, hässlichen Stoffmoppel hier eine Chance habt. Ist wahrscheinlich besser, ihr geht dahin zurück, wo ihr herkommt. Sind wir echt nicht gut genug für die große Welt? Doch, denn unsere Fehler machen uns einzigartig. Lächerlich. Dafür müssen wir kämpfen. Mach den ersten Schritt. Euch ist schon klar, Lou wird es euch super schwer machen. Na, da sag ich. Versuch's doch, Louis. Man muss uns einfach liebhaben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Yeah, schüttel deinen Speck! Im Ernst? Und wer bist du, Püppi? Plattbirne. Cool, eine, die so heißt, wie sie aussieht. Oder Quasselkatze? So they don't win! Ugly Dolls. Ab 3. Oktober nur im Kino.